Sex, 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 schneller, wieder losse Sex. Sex, 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 and a Gefühl, schneller als die Pest. Sex, 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 wer hat's noch nicht? Wer will noch mal? Sex, 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 wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Der Mensch denkt an Sex. Das hört sich wunderbar an, das muss ich mal ganz deutlich sagen. Da reift die Freundesliste aus, da sind wir uns alle einig. Da war dann erstmal Licht aus. Im Meer und überall. Alle anderen in Europa gucken in die Röhre. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Alles Unternehmen, von denen wir in letzter Zeit erfahren haben, dass sie ihre Beschäftigten ausspioniert oder zumindest deren Daten missbraucht haben. Die E-T. Ein Unternehmen wie Facebook zum Beispiel. The Last Location. NSA und Prism. Pizza Paradies. Komm mal mal parat. Sex, 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 schneller wie der Lüster Sex. Sex, 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 ein Gefühl, schlimmer als die Pest. Sex, 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 wer hat's noch nicht? Wer will noch mal? Sex, 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 wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Das betrifft jeden. Absolut jeden. Die E-T. Elbert, Bianca und der Ziegler. Ihr müsst ihn nicht vergessen, Ziegler. Sex, Europa. Die Post sucht Geschäftspartner, die Daten bei ihr kaufen. Wasser, erlauben, Strom. Frauen tun es heimlich. Männer sind offensiv. Frauen tun es heimlich. Männer sind offensiv. Einig, Mario, eine ist der andere Mehmet. Elbert, Bianca und der Ziegler. Ihr müsst ihn nicht vergessen, Ziegler. Wasser, erlauben, Strom. Es gibt Spiele wie zwei oder drei, die Spiele waren schwach wie eine Flasche leer. Dann hält sich die Sicherheit maximal. Die Spiele waren schwach wie eine Flasche leer. Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Sexuelle Orientierung. Und es macht mich stolz und dankbar. Super Job. Ich finde das so geil, ihren süffisanten Blick. Das, finde ich, war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. Sex, 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 Sex. Schneller, wieder ist der Sex. Sex, 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 Sex. Ein Gefühl, schlimmer als die Kass. Sex, 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 Sex. Wer hat's noch nicht? Wer will noch mal? Sex, 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 Sex. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Einige Frauen verkaufen ihren Körper. Oh, ich will dich so sehr. Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung. Ich fühle mich sehr geehrt. Männer nehmen dieses Angebot an. So befriedigen ihre eigenen Bedürfnisse. Richtet eure Waffen. Lass es einfach zu. Auf das Kapitol. Auf Snow. Starbe. Für einige Frauen stellt sich so noch schon fast eine Wim-Wim-Situation. Und sie uns weiße einen Doppel-Sinn-Gewinn dar. Das Risiko... Genau. Also, dann lass ich mich bitte ausreden. Aber wenn du ihn tötest, Ednis... Auf das Kapitol! Auf Snow! Also, ich empfehle Ihnen die Tofu-Brokkoli. Sex, 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 Sex. Schneller, wieder ein bisschen Sex. Sex, 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 Sex. Ein Gefühl, schlimmer als die Pest. Sex, 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 Sex. Wer hat's noch nicht? Wer will noch mal? Sex, 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 Sex. Wie geht es dir dabei? Sagt doch mal. Die Partalexion, Treue und Ehrgefühl bedeuten nicht mehr sehr viel. Nicht mehr viel. Kaum noch was. Einfach abzunehmen. Nichts. Aber anderen doch wieder alles. Erfahrung im Kopf. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Ich gebe immer die Schulden. Ich wurde nur für eine Sache großgezogen. Ich habe 21. Erfolg. Männer behaupten, ihr Vermögen hätte für Tatis, Frauen und schnelle Autos kaufen. Den Rest hätten sie verpasst. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkopf nicht zu finanzieren. Der Verein ist mehr oder weniger pleite. Die Leute in dem Los, die die Gelder aus der Tante ziehen. Einige, Mario, eine ist ja andere mit. Elbert, Janka und Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen, Ziegler. Was erlaubt? Struf! Sechs, 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 sechs. Schneller, wieder löser Sechs. Sechs, 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 sechs. Ein Gefühl, schlimmer als sie hast. Sechs, 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 sechs. Wer hat noch nichts? Wer will noch mal? Sechs, 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 sechs. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Frauen sind in den Medien, sie wollen nur spielen. Und jagen selbst jeden Mann bis ans Ende der Welt. Sobald ein einziges falsches Wort abtönt. Kann ich den Laden auch zumachen? Das bringt nichts. Kriegen sie gar nicht mit. Mit uns eben nicht. Müssen verstehen, warum wir machen wenig. Um Leben und Tod. Das sind allerdings die Fälle, die grundsätzliche Freiheit bieten. Es geht deutlich schlimmer. Elbert, Janka und Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen, Ziegler. Wasser, erlauben, Struf! Unser Leben hat niemals uns gehört. Wenn dann genug Freunde angeben, dass man schwul ist, dann kann man rückrechnen, dass man das wahrscheinlich selber auch ist. Wer kann machen, machen? Wer kann nicht machen, sprechen? Wer kann nicht sprechen, ich schreibe ihn an. Sex, 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 sex. Schneller, wie verlösser Sex. Sex, 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 sex. Ein Gefühl, schlimmer als die Fest. Sex, 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 sex. Wer hat noch nichts? Wer will noch mal? Sex, 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 sex. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen? Angstzustände. Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Polizei verhindert Massenschlägerei. Haben keine Mut an Worten! Das betrifft Schweifelbeschlechtung. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden, dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen. Direkt ins Gesicht gespuckt. Sex, 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 sex. Schneller, wie verlösser Sex. Sex, 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 sex. Ein Gefühl, schlimmer als die Fest. Sex, 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 sex. Wer hat noch nichts? Wer will noch mal? Sex, 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 sex. Wie geht es dabei? Sagt doch mal. Doch oft ziehen die Frauen den Kopf so weit. Frauen machen sie im Gefängnis, im Knast, im Letztenloch. Unschuldig oder aus Gründen, die für uns so schwer nachvollziehen lassen. Das ist ein populistischer Scheiße. Der berühmte schwarze Mann. Korruptes Arschloch. Schlampe. Ach, sie gehen mir auf den Sack. Ja, sie tippen. Was grinst du mich an? Was lachst du? Wichser. Sex, 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 sex. Schneller, wie verlösser Sex. Sex, 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 sex. Ein Gefühl, schlimmer als die Fest. Sex, 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 sex. Wer hat noch nichts? Wer will noch mal? Sex, 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 sex. Wie geht es dir dabei? Sagt doch mal. Die Befriedigung erfahren dann andere. Und das Geld bekommt ein versifter, schlagender, dominanter Sekretär. Du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Hurensohn, Missgeburt, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser. Fettes Arschgesicht, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser. Hurensohn, Missgeburt, Wichser. Du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Hurensohn, Missgeburt, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Wichser, fettes Arschgesicht. Du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, Hurensohn, Missgeburt, Wichser. Sex, 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 schneller, wieder ist der Sex. Sex, 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 ein Gefühl, schlimmer als die Pest. Sex, 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 wer hat's noch nicht, wer will noch mal. Sex, 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 wie geht es dir dabei, sag doch mal. Du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Hurensohn, Missgeburt, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Wichser, du Wichser, Fettes Arschgesicht, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Wichser, du Wichser, du Wichser, Hurensohn, Missgeburt, Wichser. Sex, 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 schneller, wieder ist der Sex. Sex, 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 ein Gefühl, schlimmer als die Pest. Sex, 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 wer hat's noch nicht, wer will noch mal. Sex, 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 wie geht es dir dabei, sag doch mal. Du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Hurensohn, Missgeburt, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Wichser, du Wichser, Sex, 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 schneller, wieder ist der Sex. Sex, 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 ein Gefühl, schlimmer als die Pest. Sex, 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 wer hat's noch nicht, wer will noch mal. Sex, 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 wie geht es dir dabei, sag doch mal. Die Waffen, Kround, Knotten und 666, schnelle Vidalism, Sex. Crime, Destroyed, Eliminated. Wir sind Freunde der USA. Es warst so los, wenn ich durchehe. Notfalls brostee nicht alle adversarieren. Ich werde trotzdem weiterkrempfen. Ich werde niemals aufhören, für Recht, Besetzt und den Schutz der Menschen einzutreten. Sex, 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 Sex! Schneller, widerlöser Sex! Sex, 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 Sex! Ein Gefühl, schlimmer als die Pest! Sex, 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 Sex! Wer hat's noch nicht? Wer will noch mal? Sex, 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 Sex! Wie geht es wieder bei? Sag doch mal! Du Arsch! Du Wichser! Du Pfeifst hin nie wieder, du Vollidiot! Hurensohn! Missgeburt! Du Arsch! Du Wichser! Du Wichser! Du Wichser! Du Wichser! Fettes Arschgesicht! Du Arsch! Du Wichser! Du Wichser! Du Wichser! Hurensohn! Missgeburt! Wichser! Sex, 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 Sex! Schneller, widerlöser Sex! Sex, 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 Sex! Ein Gefühl, schlimmer als die Pest! Sex, 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 Sex! Wer hat's noch nicht? Wer will noch mal? Sex, 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 Sex! Wie geht es wieder bei? Sag doch mal! Sex, 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 Sex! Sex, 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 Sex! Sex, 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 Sex! Vielen Dank.